Das sieht sehr einladend aus, wieder einmal. Das nehmen wir alles mit. Das sieht aus wie ein Geheimgang. Ist der aber nicht. Und hier? Auch nicht. Reiset verborgener Pfad. Natürlich. Diese Lügen-Nachrichten. Na, da oben. Da ganz hinten ist da, wo ich eigentlich hin wollte. Leider. Ja, vielleicht kommen wir da noch hin. Vielleicht kommen wir da ja noch hin. Das kann natürlich sein. Fände ich mega, wenn wir da hinten, da wo unser Kopf ist jetzt. Links und rechts. Da hinten. Da möchte ich hin. Das ist riesig. Das ist einfach riesig hier alles. Okay. Hi, Freunde. Ja, ich bin kein Feind. Moment. Ich will euch nichts bösen. Okay. Der hat eine Sichel. Wow. Das ist keine Sichel. Bewegt sich sehr schnell. Aber nicht schnell genug. Oh, tschüss. Okay. Ist ein Siebener-Goldner-Rune. Schwertmaid-Rüstung der Nox. Sieht auf jeden Fall cool aus. Und ist um einiges leichter. Aber... Schadensresistenz und so geht natürlich massivst nach unten. Das will ich nicht. Ich bin zufrieden mit unserem Panzer. Ich habe mich an die Bewegung des Panzers einfach gewöhnt. Okay. Ich überlege gerade. Wo ist denn... Wo ist denn dann Siofra? Siofra ist dann da unten, ne? Ganz da unten. Und wir sind jetzt eine Ebene höher. Da ist ein... Da ist ein Bossfight. Okay. Sind wir bereit für ein Bossfight? Ja, doch schon. Doch, doch, doch. Das wird schon. Können wir hier runter, ohne dass wir gelünscht werden? Die Dame gerade eben... Wenn das eine Dame war, war nicht so einfach. Die haben wir nicht mit ein, zwei Heben weggemacht. Ich glaube... Das Tempo wird hier angezogen. What the fuck? Nett. Werden die auf meinem Schädel gelandet und hätten mich betäubt oder so einen Scheiß? Ha. Was wär's dann mit uns? Mit unserem Helden. Alter, es ist... Dieser Ort ist einfach so schön. Ich feier diesen Ort so sehr. Ah, das sieht aus wie ein Secret. Ich weiß es. Hier gibt's ein Secret. Schmetterlinge gibt's hier. Einfach aus dem Leben gerissen. Die Schmetterlinge. Die dachten, die wären sicher in dieser Ecke. Niemals. Okay, bevor wir zum Boss gehen. Zum Bossfight. Schaue ich mich selbstverständlich hier noch ein bisschen um. Und hoffe, dass ich nichts verpasst habe. Hier sitzt noch ein Kollege. Der hat was für uns parat. Eine goldene Rune der Stärke 7. Nice. Sehr, sehr nice. Okay, komm. Let's go. Wir gehen zum Bossfight. Und ich hoffe, dass wir das einigermaßen bekommen. Das ist ein riesiges Tor. Immer noch kein Pferd. Stimmt. Hast recht. Ein rohnen Bogen. Nehme ich gerne. Das ist ein sehr großes Tor. Ich hoffe, nur das Tor ist so groß. Und nicht, was dahinter schlummert. Vielleicht sollte ich ein entsprechendes Schwert ausrüsten. So, Moment. Den können wir doch bestimmt rufen, hoffe ich. Warum kann ich den nicht rufen? Wir haben keine FP, ne? Shit. Äh, okay. Noch sehe ich hier niemanden. Aber das kann sich selbstverständlich sehr schnell ändern. Da ist noch ein Bossfight. Was? Imitator-Träne? Ja, ich verstehe das Prinzip, was er macht. Der imitiert uns einfach. Was ich ziemlich cool finde. Da kann ich mal sehen, wie stark wir wirklich sind. Wow, wir sind super stark. Wow. Der kann sich heilen, der Drecksack. Okay, macht ja auch Sinn. Was, wenn ich die Waffe wechsle? Ne, wechselt der nicht mit. Okay. Hör auf. Nimm keinen Trank. Jetzt reicht es mir aber mit dir, Mann. Ah, es war blöd. Oh mein Gott. Okay. Oh. Das ist schon eine Art, gegen uns selbst zu kämpfen. Das ist auch ganz komisch irgendwie. Nein, vergiss es. Aber das wird dein Todesheap. Imitator. Große. Große Gegner. Große Gegner. Wohoho. Eine Larventräne. Nice. Eine Silbertränenmaske. Nice. Das tut mir sehr gut gefallen. Mal gucken, was das für eine Maske ist. Silbertränenmaske ist diese hier. Mh-mh. Ja, ich zieh sie mal auf. Einfach so. Das sieht ganz weird aus. Ganz komisch. Okay. Cool. Ich bin da eher für unser Drachenhelm. Der ist schon episch. Der Drachenhelm ist schon... Der kann was. Okay, das war ein cooler Fight. Gegen uns selbst. Um ein bisschen einschätzen zu können, wie stark wir wirklich sind. Und wir sind sehr stark, muss ich sagen. Sehr, sehr stark. Was ist das hier? Immer noch kein Kopf. Stimmt. Hast recht. Hier ist nichts. Wollen wir hier noch irgendwas haben? Nein. Dann gehen wir doch mal weiter. Interessanter Bossfight war das. Voll mega. Das feiere ich sehr. Oh mein Gott. Das habe ich auch fast übersehen hier. Bin ich in wahnsinnig? Sehe ich sowas nicht. Direkt mal rasten. Haben wir... Ja, ein paar Runen haben wir bekommen, aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Kann ich jetzt mein Pferd? Nein. Auch das kann ich nicht. Würde mich ja schon interessieren, was es hier gibt. Kein Objekt voraus. Ich glaube dem mal. Und hier? Kein Objekt. Ich glaube euch. Wenn die mich belügen, ne? Dieses eine Mal belügen die mich nicht. Ähm. Ich höre es auch wieder klimpern. Wo bist du? Wo bist du da? Schön anschleichen. Und dann im letzten Moment drauf gehen. Shit. Hör auf. Das bringt dir nichts. Das bringt dir nichts. Ein Dunkelschmiedestein. Nice. Sehr, sehr schön. Sehr schöne Objekte. Ich hoffe, wir kommen da hinten hin. Ich hoffe es sehr. Ich glaube aber schon. Ich glaube aber schon, das wäre. Wäre das hier? Ist das hier oder ist das eher hier so? Weil da gibt es ja einen Weg dahin, ne? Wir werden es sehen. Was macht ein Adler hier? Was zum Henker tust du hier? Äh. Da unten. Da waren wir auch noch nicht, ne? Gehört das noch zu Nurkron wahrscheinlich. Es sieht aber so geil aus hier. Es tut mir leid, dass ich das so oft sage, aber... Ja, tut mir leid, aber ich brauche eure Federn. Ich weiß noch nicht wofür, aber... Mit Sicherheit brauche ich die irgendwann. Da bin ich mir sicher. So. Was hast du denn für mich? Danke. Nehme ich. Hey, Freunde. Oh. Ich wollte nur grüßen. Ich wollte euch nicht umbringen. Das habt ihr falsch verstanden. Kann man hier eigentlich runter? Ja, man kann schon runter, aber das ist... Ja. Wäre nicht so gut, ne? Das wäre nicht so gut. Wo komme ich denn hier überhaupt hin? Wo komme ich hier hin? Ja, ich nehme mal die Schmetterlinge mit. Aus der Luft greife ich mir die. Willkommen dem Ort immer näher, Freunde. Oh, ich hoffe sehr, dass wir da hinkommen. Das würde ich... Das würde ich so cool finden. Ja, aber da ist kein Weg. Da gibt es keinen Weg nach... Ja, doch, doch. Da gibt es einen Weg nach rechts. Ja, aber nicht... Ich weiß nicht, ob das ganz nach rechts bringt. Äh, wo komme ich denn hier hin? Ähm... Wow, okay. Ein verweilender Pfeil. Ja, ja, gut. Nehme ich. Was steht hier? Ah, wie ein Traumpreis ist den schönen Ausblick. Ja, der ist echt schön. Der ist wirklich schön. Der Ausblick ist echt mega, mega schön. Das ganze Spiel ist schön. Ja, nicht falsch verstehen. Das ist... Das Spiel ist... A Dream. Das ist ein richtiger Traum. Also grafisch ist das hier... Allerhöchste Qualität, finde ich. Wie so ein Open-World-Game... Kannst nichts sagen. Kannst du nichts sagen. Gut, dann gehen wir mal weiter. Hier geht es noch runter. Yay. Ähm. Okay. Da hinten ist irgendein Typ mit einem Schild... Oder mit irgendeiner... Aura. Ich weiß nicht, was das ist. Klippe voraus. Cool. Dann springe ich doch mal die Klippe runter. Wie wäre es damit? Ist ja echt eine Klippe voraus. Das sieht dann auch aus, ne? Und hier steht bestimmt Spring. Kein Springen voraus. Wunderschön. Absolut. Es ist... Es ist ein Traum. Es ist ein Dream. Okay. Wir müssen wahrscheinlich hier runter. Äh. Hier vielleicht jetzt nicht. Aber da hinten. Wir können unser Pferd rufen. Das ist mir neu. Wolltest du mal probieren. Aber ich will eigentlich gar nicht mit dem Pferd. Weil hier müssen wir kämpfen. Gegen irgendwelches Gesindel. Ja, danke sehr. Okay. Da sind die Typen wie unten in Sjofra. Nur nicht als Geisterform. Und da hinten ist der Typ mit der Aura. Was auch immer das sein soll. Noch greifen die uns nicht an. Ist das hier so ein Ding, was man anmachen kann? Also... Ein Feuerchen? Flamme entzünden? Ist das wieder so ein Ding, wo wir diese... Schreine suchen müssen, die wir entzünden sollen? Ist das wieder sowas? Wie unten in Sjofra? Schauen wir uns das nochmal an, was es hier an der Klippe gibt. Ja, der ist am Beten, wie es aussieht. Fürst des Blutes. Eure Eminenz. Ich flehe euch an. Gewehrt mir einen Sitz am Tisch der Dynastie. Lang lebe die Mogwin-Dynastie. Okay, er betet in diese Richtung. Ich hoffe sehr, dass wir da hinkommen. Immer noch. Ich hoffe sehr. Ja, dann bete du mal weiter. Oh mein Gott, sind das alles Gegner? Nee. Nee, nee, nee. Das sind Rehe und was weiß ich. Irgendwelche Tiere. Sind die uns an, wenn wir in die Nähe gehen? Wahrscheinlich, oder? Wobei... Ja doch, die greifen wir. Sind die hart? Kaum. Nicht der Rede wert. Alter. Wow. Die gehen ja aber ab. Wir müssen die dicken Geräte auspacken, wie es aussieht. Wow. Die halten aber auch was aus hier. Ja, tut mir leid, liebe Schafe und Rehe und was weiß ich, was ihr da alles dabei hattet. Aber eure Schäfer sind tot. Da ist noch so ein Ding zum Anzünden. Ja, anscheinend müssen wir die Dinger wieder finden. Wie viele? Weiß ich noch nicht, aber ich glaube, das kann man von hier aus sehen. Sind es wieder acht Stück? Eins, zwei, drei, vier, fünf... Sechs Stück sind es. War es beim letzten Mal auch sechs Stück? Weiß ich gar nicht mehr. Kann sein. Kann sein, dass es nur sechs waren. Okay. Was ist das für ein Geräusch? Oha. Okay. Warte, warte. Lasst mich mal durch. Ich muss den Kollegen hier auseinandernehmen. Das ging um einiges schneller, muss ich sagen. Um einiges. Okay. Bleiben wir ein bisschen auf dem Weg. Um keine dieser Säulen zu verpassen. Aber es gibt wahrscheinlich auch Säulen, die abwärts vom Weg sind. Diese Stimme. Wunderschön. Ich bin in ihren Bann gezogen. Ich kann mich kaum bewegen. Und ich hoffe, dass ich die Chance bekomme, ihr das Schwert in den Magen zu stoßen. Sorry. Ganz viel Gasstein. Was braucht man hier? Okay. Kann ich? Ja, das geht. Ist das einer von denen? Nee, das ist weiblich. Okay, ist ein... Da hinten auch. Strange. Ganz, ganz strange. Ich will gar nicht wissen, wie die abgehen. Die sind wahrscheinlich sehr gefährlich, oder? Da müssen wir eh hin. Da ist so eine Säule. Dann gehen wir da hin. Was passiert, wenn ich das jetzt umbringe? Die Ehemänner werden wahrscheinlich sehr sauer werden, oder? Und da haben wir schon einen. Da haben wir schon einen Kollegen, der sehr sauer ist. Absolut zurecht. Ich habe die Frau massakriert, die so eine wunderschöne Stimme hatte. Ich würde auch nicht durchdrehen. Okay. Mit der Waffe geht das um einiges besser. Nichts gegen meinen Morgenstern. Der ist natürlich schneller, aber diese Waffe hier... Die haut nochmal extra drauf. Die macht nochmal extra Damage. Und den brauchen wir, um diese Kolosse hier umzuhauen. So, ich mache eben gerade... Ich glaube, die war noch ein Gegenstand, oder? Oder habe ich das schon mitgenommen? Der liegt da unten. Glaube ich. Ich mache erst mal die Lampe an, hier. So. Das wäre das nächste Feuerchen. Feuersichere Trockenleber. Na klar. Ja, ähm... Junge Dame, es tut mir wirklich sehr leid. Ganz ehrlich. Wunderschöne Stimme, aber... Wir brauchen die Runen. Bleiben wir mal ehrlich. Wir haben auch noch mehr Brunen. Brunen. Okay, drei Feuer haben wir. Die Hälfte hätten wir somit schon. Ja, ja, ja. Ich höre schon. Ich höre schon. Wir kommen zu dir. Hol die Dame. Der Ehemann ist auch schon da direkt. Dem wird das nicht gefallen, wenn ich auf sie eindresche. Was ist denn mit denen? Die sind im Einklang mit der Natur. Oh mein Gott. Haben wir hier wieder so einen... Was hat mich da gerade erwischt? Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Okay, Kollege. Du scheinst etwas härter zu sein. Was machen die für einen kranken Damage, Mann? Oh mein Gott, ey. Alter, die sind echt hart im Nehmen. Und die sinkt einfach fröhlich weiter. Ihr Mann wurde gerade massakriert, aber hey, da ist drauf. Ey, ich seh schon. Wir müssen wieder gegen so ein Riesen-Reh kämpfen. Oh, die Dame, es tut mir wirklich leid. Glaube ich. Nein, es tut mir nicht leid. Oh, tschüss. Glänzendes, gehörntes Stirnband. Okay. Okay. War immer so ein Kronleuchter auf dem Kopf. Okay. Können wir ja machen. Warum nicht? Ist ja bald Weihnachten, ne? Also so in sechs Monaten. Geil, Alter. Was zum Enker? Ja, warum? Jetzt seh ich mal unser Gesicht endlich wieder. Es ist aber auch schon lange her, dass wir unser Gesicht gesehen haben. In voller Blüte, meine ich. Wir sind einfach ein wunderschöner Krieger. Wirklich wunderschön. Und gegen ihn müssen wir kämpfen wahrscheinlich, oder? Wenn wir alle Lichter anmachen, gehe ich davon aus, dass wir hier einen Fight mitbekommen werden. Sehr sicher sogar. Okay, wir suchen die anderen Säulen. Ich glaube, es sind nur noch zwei. Da ist ein Wolf. Da ist es wie ein Wolf. Wow. Okay. Hat man nicht schon mal das Vergnügen gegen so einen Wolf zu kennen? In Reihe Lucaria, oder nicht? Nein. Oh, krass. Wow. Wow. Also, wirklich krass. Das ist ein Fight, ey. Also, der erste Wolf, den wir hier in... Das ist sogar der Raum, der gerade gezeigt wurde, wo wir gekämpft haben gegen diesen Wolf. Der war um einiges einfacher, hatte ich das Gefühl. Um einiges. Wir brauchen unsere Runen erstmal. Erst einmal hole ich unsere Runen, bevor wir irgendwas machen. Das sind 30.000 oder so, glaube ich. Die brauchen wir. Geht's hier eigentlich runter? Ja, nee. Ja, ist meine Stimme. So, liebe Wölfe, ich will euch nichts Böses. Wirklich nicht. Ich will nur diesen Gegenstand und... Mein Staff. Wo ist der? Da. Drei. 31.000, weißt du? Okay, vielleicht sollten wir auf dem Pferd bleiben. Ich meine, so haben wir... So haben wir Radar. Ja, Radar haben wir so erwischt. Da werden wir wohl hier gegen... Gegen so einen... Äh... Wolf ankommen. Ähm. Er hat gesessen. Alter, er macht einen kranken Damage, dieser Wolf. Was mache ich denn? Ich hätte ihn umhauen können. Das war dumm. Das war sehr dumm. Oh, ist das blöd gewesen. Ja, selber schuld. Ganz ehrlich. Das war ich jetzt wirklich selber schuld. Scheiße, Mann. Ach. Hagerlich. Mann. So. Okay. Wo ist unser Staff? Wo? Okay. Lass mal den hier. Da ist nicht unser Staff. Best im Blut. Wo ist unser... Wo sind meine... Da. Doch nicht. Hä? Bin ich hier hinten gestorben? Oh. Okay. Wow. Was passiert hier, Mann? Alter, der Wolf, ne? Der Wolf. Kriegen wir schon hin. Ich muss mich einfach nur mal auf den Wolf konzentrieren und nicht auf tausend andere Sachen. Ich hole erst mal mein Zeug. Sonst, äh... Kannst du vergessen. Sonst kannst du es vergessen. Komm schon. Der ist natürlich schon wieder... Der klebt uns am Arsch. Da ist... Da ist so eine... So ein Pfeiler. Verdammt. Verdammt. Der hat gesessen. Nice. Nice. Huh. 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 Das hätten wir. Wir haben den Wolf erledigt. Huh. Arter. Arter Fight. Wo ist nochmal dieser Pfeiler? Hier, ne? Ja. Ich glaube, ich bin vorhin an einem Pfeiler vorbei. Kann das sein? Ich muss gleich nochmal gucken gehen. So. Ich weiß gerade nicht, wie viele es noch sind. Aber... Hier ist noch auf jeden Fall ein lügiger Stand. Was haben wir hier? Nice. Dankeschön. Okay. Und hier irgendwo ging es doch rein. War das hier? Nee. Wo war denn das? Oder hier? Oh ja, hier. Was auch immer es hier gibt. Oh. Das sehe ich jetzt erst. Geil. Verlorene Gnade. Natürlich. Wir rasten. Wir rasten sowas von. Aber ich kann kein... Doch, wir können. Oh. Das ist... Das ist groß. Das ist wirklich... Eine große Hilfe gerade. Ich überlege gerade. Was nehme ich denn? Kondition kann ich auf 30. Wobei, ich mache Kraft auf 35, oder? Ich mache Stärke. Scheiß drauf. Ich muss auf 36? Nein. But ich mache meine highest. Ich mache die idee hin. Ich macheάze estrogen steak. Es kann fieなんか Quellen trucs zu uns perhaps.